Drei Fakten über Axelotl Fakt 1 Axelotl lieben es, wenn man ihn mit dem Finger über die Nase bzw. über den Kopf streichelt. In der Fachsprache bezeichnet man sowas als Bupen. Hier ein süßes Video, wie ich ohne Zahn versucht habe zu Bupen. Sie ist eher so, dass sie dann versucht, meinen Finger zu essen. Fakt 2 Axelotl wurden erst richtig bekannt, nachdem sie in dem Spiel Minecraft released wurden. Fakt 3 Aus irgendeinem Grund mögen meine Axelotl kein Star Wars. Seht euch mal bitte an, wie sie den T-Fighter ignoriert. Ich frage mich echt, was falsch mit dir ist. Ohne Zahn. Also ich bin wirklich maßlos enttäuscht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!